Wie kann man eine bestätigte Rechnung löschen? Vielen Dank, Denise. Eine bestätigte Rechnung kann nur über Stornung gelöscht werden, wobei die Rechnung aus dem System nicht gelöscht wird, sondern storniert wird. Wenn wir eine bestätigte Rechnung einfach löschen würden, hätten wir keinen Nachweis im System und somit keine Nachvollziehbarkeit. Das heißt, unser Kunde hätte aber unsere noch originale Rechnung bei sich, die eigentlich ungültig bzw. falsch ist. Anhand einer Ausgangsrechnung würde ich jetzt gerne zeigen, wie ein Stornung funktioniert, indem wir in den Handelsbereich wechseln, uns die Ausgangsrechnungen anschauen. Eine bestätigte Rechnung wählen wir aus der Liste aus. Wir sehen, aha, diese Rechnung anhand des geschlossenen Schlosses wurde schon bereits bestätigt. Die wählen wir jetzt aus. Und können diese anschließend, wo wir auf die drei Punkte gehen, auf der rechten Seite finden wir die Position Dokumente stornieren oder Dokumente stornieren. Diese wählen wir. Jetzt werden wir aufgefordert, den Grund zu benennen. Ich schreibe einfach hier falsche Adresse zum Beispiel und bestätige diese. Das System bestätigt mir, aha, das Dokument wurde storniert. Jetzt schauen wir uns das Dokument mal an, indem wir hier einen Ausdruck einfach machen. So, jetzt rufen wir das Dokument auf und sehen da, aha, die Rechnung wurde storniert. Jetzt haben wir noch einen Zusatz auf dem Dokument, Rechnung storniert, oben und unten. Das heißt, diese Rechnung ist ungültig, beziehungsweise der Kunde hat unsere originale Rechnung ohne diesen Zusatz. Und wir würden jetzt im Anschluss sozusagen diese Rechnung an den Kunden versenden, damit dementsprechend die andere Rechnung, die der Kunde bereits schon hat, ungültig wird.